So, jetzt sind wir unterwegs, also bei wir, sage ich jetzt meistens, ist John natürlich mit dabei. Wir sind ja mit Autobild da und mit Hot Wheels. Jetzt waren wir auf dem Hot Wheels Legends Fest und tatsächlich ist zufälligerweise genau neben dem Event, wo wir jetzt waren, hier auf der Straße. Also wir laufen gerade drei Minuten. Hier siehst du schon, worum es hier gleich geht und zwar Cadillac Coupé de Vil, da haben wir einfach einen Lowrider, okay, aber das Ding hat eine Feder vorne drin. Sprich, guck mal, er hier, cooler Typ, Alter. Alter, einfach ein Papagei auf der Schulter. Ja, mit einer Feder, keine Hydraulik. Sprich, die Karre fährt so, hat eigentlich den Lowrider-Look. Es sei denn, es gibt da noch irgendwie was, was, dass dann auch noch Hydraulik mit drin ist. Ist auch noch. Krass, ich... Ach, wie krass. Ja gut, dann ist das doch so. Jetzt verlassen gerade ein paar Autos den Hot Wheels Fuhrpark. Und guck mal, da ist hier gerade so ein Hot Wheels, so ein Rallyewagen. Natürlich fährt das auf der Straße. Und natürlich ist das ein Race Car und deswegen geht er auch aus dem Stirn. Ja, und hier ist die Straße einfach gesperrt, weil hier eine Lowrider-Show ist. Cadillac Fest 12. Am 12. Oktober. California Love Lowrider-Show. Und hier drüben stehen einfach die Karren in diesem Style. Digga, was hier los? Geisteskrank. Und das checken wir jetzt mal ab. So, Freunde, wir sind jetzt gerade mal das Stück hier von der Straße rein. Und dann geht's hier schon einfach los. Voll viele so Chicanos. Guck mal, Hot Rod Garage hier. Dann haben wir hier ein paar nicht so krass wild umgebaute Teile. Aber doch... Okay, er ist dann doch schon nochmal geil. Bad Habits Car Club. Voll geil. Dann hier noch was mit Hydraulik. Cadillac Fleetwood. Also immer Caddis hier. Er ist komplett übertrieben, Alter. Krank. Auch hier brutaler Shit, Mann. Was geht hier ab? Digga, was geht ab? Ja, also das hier ist auf jeden Fall übelster Hardcore-Shit. Guck mal, auch hier gibt's voll geile T-Shirts und so. So Lowrider-T-Shirts. Alter, guck mal, das rote Ding. Hier auch übertrieben crazy. Ich kann euch zu den Karren halt nicht so viel erzählen. Aber guck mal, Digga. Das kann hier wohl komplett alles. I got front, back and side to side. Geil, Mann. Ich muss das hier alles auf mich wirken lassen. Alter, guck mal, da gibt's Felgen zu kaufen und so. Okay. Freunde, ich gehe komplett kaputt. Ich gehe komplett kaputt. Guckt euch das mal an. Alter. Guck mal, die gravierten Räder. Schon mit Gravur komplett. In Deutschland kannst du das natürlich nicht fahren, weil das ist lebensgefährlich und die gehen auf jeden Fall kaputt und du stirbst, wenn du die fährst. Ja, und hier fährt das einfach jeder. Ohne Probleme. Und es funktioniert. Traurig, ey. Aber naja, so ist das halt. Deswegen ist es halt hier umso geiler. Okay, es geht weiter. Ich muss nur kurz klarkommen hier hinten auf diese Felgen und so. Ich weiß, ich bin hier so im Film. Ich krieg gar nicht mit wegen der Musik, weil die darf ja gar nicht laufen im Video. Aber zur Not schneiden wir es raus, aber ich fühle es einfach zu hart. Alter, guck mal, das ist der Cadillac, den ich hatte einfach. Nein, Alter. Krank. Den ich Press verkauft habe. Einfach als Lowrider gemacht. Aber der ist mit Luftfahrwerk. Ey, da muss ich mal fragen, ob die da was haben, ob es das so zu kaufen gab. Also wie gesagt, das hier ist der einzige auf Luft, den es gibt. Wir haben mit dem Besitzer, der hat uns echt mega viel erklärt. Hier ist auch die Szene ist so offen. Das ist so geil einfach. Guck mal, das sieht einfach so krank aus hier, Mann. Das sind so riesen Schiffe. Einfach unglaublich. Und das krasse ist, hier diese, guck mal, Alter, die Cabrios. Alter, hin sind komplett nur Fahrräder, Lowrider Fahrräder. Gucken wir auch noch gleich. Die Fahrräder, gehen wir uns jetzt noch angucken, die Lowrider Bikes. Gucken wir mal, kleine ferngesteuerte Lowrider. Crazy, oder? Das ist doch so verrückt, was hier geht. Ja, Mann. Ey, geil. Really nice, really, really nice. No way. Er kann das Ding komplett wheelie machen. Ey, das ist doch krass. Und guck mal bitte, Monte Carlo 79er. So einen will ich praktisch haben. Dann haben die hier alles aufgebaut. Guck mal, und jede Karre hat immer noch, jedes Bike hat da noch so ein Auto noch mit dazu. Krass, Mann. Und die leben das hier einfach Hardcore. Alter. Guck mal, einfach. Und komplette Anhänger hier. Hier stehen noch voll viele Modelle. Hier auch noch. Ey, die Szene ist komplett crazy, Mann. Guck mal, hier hinten, wie viele Bikes hier noch stehen. Also, Gott sei Dank sind wir hier noch hergekommen, ne? Das hier ist auf jeden Fall mal so krass, so eine komplett andere Kultur zu sehen. Auch wie die Leute hier aussehen, das ist alles halt so ein bisschen Gangster und so, aber die sind alle so locker und so geil drauf. Das ist einfach komplett verrückt. Nein. Da drin ist doch ein Automuseum California. Love Lowrider Show. Alter, die haben sogar richtige Trikes mit Musik und allem. Das kann einiges hier auf jeden Fall. So, ey, es geht weiter. Wir wurden gerade schon angequatscht. Ey, ich finde das so geil auch, wenn der Grill so mit, äh, komplett so mit Gravur gemacht ist. Das sieht so übertrieben aus. Krass auch. Fleetwood aber mal mit mega geiler Lackierung. Finde ich auch brutal schön, das Ding. Innen drin wie ein komplettes Wohnzimmer einfach. Krass, das siehst du, neuer Caddy. Alter, siehst du da so, guck mal, sowas siehst du eigentlich nie auf, äh, auf, ja, ja, CTS. Krank, ey. Als Kombi, brutal. Boah, so Gangster, ich schwöre. Komm, der ist auch brutal, Mann. Ja, einfach brutal. Guck mal, vorne die Achse komplett, alles verchromt. Ich sehe gar nicht hier rein. Ihr müsst das jetzt einfach mal gucken. Alter, hat ein Riesensystem drin auf jeden Fall. Acht Batterien. Mega. Boah, die Farbe ist auch brutal. Das ist ein kleineres System, obwohl der hat auch drei Pumpen, sechs Batterien nur. Nur in Anführungszeichen. Alter. Ja, hier ist so Chef, ey. Es tut mir leid, dass ich hier nicht so viele produktive Kommentare dazu ablassen kann, ne, aber das hier ist einfach überwältigend. Wenn die einfach so auf Locker hier so stehen, das finde ich schon so krank. Aber das Modell der Fleetwood ist nicht so ganz mein Ding. Der ist mir schon ein bisschen zu rund. Da finde ich die Teile halt hier so schon viel, viel krasser. Ist aber auch viel älter. Das Ding auch, Chef. Die sind jetzt alle nicht mehr ganz so extrem krass. Aber hier einfach zehn von zehn. Wenn du hier in Amerika bist oder in L.A. noch besonders bist und hast dann das Glück, dass durch Zufall sowas ist, dann nimmst du das natürlich mit hier und hast natürlich auch richtig krassen Stuff hier zum Zeigen. Also ich bin froh, dass wir echt so viel Glück haben und euch das alles mitbringen können, alles mitzeigen können. Ja, das bin ich mal gespannt. Wir fahren heute Abend noch nach Hollywood. Dann nehme ich euch safe auch nochmal mit. Dann sehen wir da noch einiges. Also ich glaube, da kommt echt noch ein bisschen Material auf euch zu. So, Ryan von Race Service. Den haben wir heute Mittag beim Hot Wheels Event kennengelernt oder beziehungsweise angesprochen. Er hat jetzt extra für uns mal noch die Tore geöffnet. Jetzt können wir hier rein. Und er hat auch ein paar richtig krasse Karren hier stehen. Die einen oder anderen kennen es vielleicht vom XS, also vom Andi und so. Hier war ja mal ein Treffen praktisch in Kalifornien oder in L.A. sozusagen. Alles aber richtig schön hier eingerichtet. Aber guck mal, alles voller Stacheldraht überall und so. Oh Gott. 123er. Was, Alter? Okay. Crazy. 348. Aber mit Plexiglas-Boiler. Krass, 123er. Ein Babyblau, Mann. Boah. Das ist meine Lieblingsfarbe. Dann hat er noch einen AMG GTR hier rumstehen. Das ist einfach geil, dass hier die Räder so rausgucken. Er sagt, hinten ist Heckware noch ganz nice. Alter, einfach abgeschnitten. Und Auspuff unten auch abgeschnitten. Krass. Looks badass, the car. Mit den Rädern, richtig cool. Great. Aber das ist nicht der original Farbe. Nein, nein. Es ist repainted. Ja. Aber die Farbe ist wirklich schön. Es ist street-legal hier. Ich glaube so. Alles ist legal hier auf der Straße. Oh, ja. Let's go with that. Let's go with that. KW-Fahrwerk, ja, KW-Gewindefahrwerk. Alter, guck mal, nur eine Schale drin. Da ist voll Carbon. Kevlar. Race-Lenkrad, krank, Alter. Hardcore, Hardcore, das Ding. Das Rennauto hier, dann einfach ein GTR. Ja, crazy. Aber das ist ein fully race-car. Oh, ja. Oh, ja. Krass, Alter. Auf jeden Fall. Really, really crazy. Oh. Er macht die Tür auf an und griff in der Hand. This is like, also only for race use. Oh, ja. Die Farbe ist richtig cool. Der hat auch den gleichen Spoiler. Also, es ist einfach nur eine Wand eigentlich, der Spoiler. Krass, Alter, wenn es so einfach so hier rumsteht, so dann komplett hin mit der Glasfront, so als Galerie. Ein Bürotisch einfach so dazwischen. Also, auf jeden Fall ist das hier eine megacoole Kude beim Fernseher. Da hast du hier noch super coole. Boah, dieses Bild, Alter, kann ja wohl alles. Sehr, sehr geil, Alter. Guck mal, oben alles voller Helme und so. Aber die Helme hier sehen ja wohl so krass cool aus. Mega, mega nice. Was geht ab, mein Lieben? Ey, wir sind jetzt auf dem Weg Richtung, ich glaube, da oben, das ist Malibu. Hollywood Hills und so. Wir sind auf jeden Fall gerade unterwegs. Da habe ich hier auf einmal gerade Ferrari gesehen. Der steht hier, ein richtig alter, also älterer Ferrari. Hier in California, F430 oben drüber, das ist, weiß ich gar nicht genau, wie der heißt oder ob das ein alter California ist. Dann vor dem Mercedes T-Modell, vor dem 124er, stehen da auch noch zwei Ferraris. Dann in silbernen 355, in Porsche 356 und noch einen alten, ganz alten Ferrari, keine Ahnung. Das ist hier ein GTO Engineering. 3,48 gelber, 3,55 ultra geil. Dann haben wir noch ein 4,58, mein Lieblings-Ferrari. Also man merkt, hier ist es auf jeden Fall schon eine krassere Gegend. Da hast du G-Klasse eben schon ein paar Rolls-Royce gesehen. Boah, guck mal hier, Plymouth ist das, glaube ich. Ne, das ist ein alter Charger. Ja, hier sind wirklich ein paar übertrieben nice Kisten. Man merkt es halt, also wir haben auch echt schon ein bisschen Ghetto, also schon viel Ghetto gesehen. Wir haben aber noch viel Glück und haben gerade gehört, morgen können wir zu Jay Leno. Der ist ein Autosammler und eigentlich so ein TV-Moderator, hat eine eigene Show. Also eher ein amerikanischer Promi, würde man schon fast sagen. Die Autosammlung von ihm dürfen wir morgen sehen mit den Hot Wheels-Gewinnern aus Polen von Nightride. Und Bodenautohaus dürfen wir wahrscheinlich auch noch abchecken. Also ich habe mich mit denen in Verbindung gesetzt. Die haben gesagt, das wäre kein Thema. Das müsste auch noch morgen kommen. Mal gucken, wie wir das machen, ey. Wir haben auf jeden Fall noch eine lange To-Do-List. Aber ja, heute arbeiten wir auch erstmal noch ein bisschen was ab. Und schwimmen gehen würde ich eigentlich irgendwie auch noch ganz gerne. Ne, noch gar nicht am Strand, Digga. Muss ich auch. Centermonica 4, Strand, ich muss doch alles machen, Alter. Naja, wir gucken mal. Jetzt geht es weiter und seid gespannt. Ihr wisst auch noch nicht, was auf mich wartet. So, Freunde, jetzt sind wir noch an dem Abend immer noch hier in Hollywood. Sunset Drive, glaube ich, ja, das ganz bekannte Ding. Hier haben wir noch Centurion Lifestyle, also so ein Auto, Specialty Car Collection. Und guck mal, hier fährt immer, da hast du ein Bentley, also nur dicke Karren. Aber dachte ich mir, komm, wir zeigen euch mal hier so einen kleinen Autohändler. Da sind wir schon zwei-, dreimal dran vorbeigefahren. Dann steht hier einfach ein F40, ja, dem hier einfach ein F40 stehen. Dann haben sie einfach hier noch ein SLR stehen. Genau, reicht aber immer noch nicht. Dann steht hier noch ein Lambo Coontouch. Ja, ein roter Coontouch. Hinten dran steht Diablo in schwarz. Dann daneben noch ein Aventador SVJ. Und dahinter steht da noch ein Formel 1 Auto. Also sie wollten einfach alles. Die haben komplett abgerissen, würde ich sagen. Ich muss aber sagen, ich finde den Diablo als US-Modell gar nicht schön, wegen vorne diesen Zusatz-Bumpers da. Das ist echt nicht so geil. Aber die haben auf jeden Fall hier 1990er Ferrari F40. Das Ding kann auf jeden Fall auch alles, muss ich sagen. Ja, und dann hier einfach noch ein Renault Formel 1-Wagen. Brutal. Guck mal, wie viele Spoiler er da vorne dran hat an seiner Lippe. Die waren bisher immer super offen, alle und so, wo man Leute angesprochen hat. Auch mal wegen Kennzeichen, dies, das. Einfach die Leute in den Autos angequatscht. Und so ist halt Hollywood, ne? Und ich denke mal, ja, das ist auf jeden Fall hier mal eine coole, andere Nummer, mal sowas auch zu zeigen. Wir gehen jetzt noch vielleicht mit Vin Diesel noch ein Eis essen und so mal gucken. Oder P. Diddy hat noch eingeladen zu seiner Geburtstagsfeier. Vielleicht gehen wir da auch hin. Morgen steht noch mal viel an. Bodenautohaus und noch Jay Lennos Garage abgucken. In diesem Sinne sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder, wenn es hell ist. Peace. So, meine Lieben, es ist neuer Tag. Wir sind jetzt hier offiziell bei Jay Leno in der Garage. Hier darf normalerweise nichts gefilmt werden, nicht fotografiert werden, gar nichts. Wir sind aber mit so einem Kamerateam und so. Ich kann euch sagen, ich bin hier in der Halle. Es steht alleine ein Auto. Das ist mittlerweile zwischen 20 und 30 Millionen wert. Und hier sind ungefähr, würde ich schätzen, 200 Autos, 500 Motorräder. Also ihr müsst euch gleich anschnallen. Festhalten jetzt. Lamborghini Miura in gelb. Das Auto gehört immer Dean Martin, hat er erzählt. Danach seinem Sohn und dann hat er es geschenkt bekommen von einem anderen Comedian. Dann hatte ich noch einen zweiten Miura. Aber da hat er hier ein europäisches Modell, tatsächlich. Toontouch. Das war sogar mal ein Alltagsauto. Wir haben hier noch zwei alte Lambos. Also er meint, es gibt im ganzen Gebäude. Also der Tourguide, sage ich jetzt einfach mal. Hier gibt es nur zwei, nee, nur einen Ferrari. Er ist nicht so der Ferrari-Typ, meinte er. Der wurde auch nicht so geil behandelt, aber gab mal so einen doofen Kommentar von Ferrari. Der hat gesagt, oh nee, brauche ich nicht. Dann hat Jay Leno ist gerade hinten in der anderen Halle. Wir dachten eigentlich, wir laufen hier so eine Stunde durch oder so. Und meinte, ja, ja, nach dem Mittagessen. Anscheinend essen wir noch zusammen zu Mittag und so. Dann gehen wir noch in eine zweite Halle. Aber es gibt hier nicht nur alte Autos, denn wir haben auch hier ein Karma. Also das Modell heißt Karma. Fiskars Karma, glaube ich, heißt das Ding. Da haben wir hier noch einen Tesla als einen Plate. Also so einen, wie wir schon gefahren sind. Auch was richtig Schnelles. Und dann stehen hier natürlich noch ein paar McLaren. Ja, er ist zum Beispiel der Gewinner von Polen, von Knight Rade. Also er war auch ein Hot Wheels Legends Gewinner. Jo ist wie gesagt dabei und ich. Also wir sind die drei Legends Gewinner. Deswegen dürfen wir halt auch hier mit dabei sein. Dann haben wir hier noch ein paar McLaren. Ich bin hier mit den ganzen Bezeichnungen, gerade bei den älteren Autos oder so, nicht ganz so drin. Aber der Tourguide meinte zum Beispiel, dass dieses Modell, den gab es für 840.000 Dollar, hat er den gekauft. Ich sehe gerade, der hat einen Sitz in der Mitte nur und Lenkrad auch. Und das Auto ist jetzt zwischen 20 und 30 Millionen wert. Hinten noch super viele Bikes. Ich kann nicht auf alles eingehen, weil das ist ein bisschen too much hier. Wir überfliegen das auch so ein kleines bisschen. Ach so, hat eine Turbine als Motor. Hat Jo gerade gesagt. Hier sind ganz viele Helme, Trikots, Sammelsachen. Also er ist auf jeden Fall ein Typ, der sich hier irgendwie sämtliche Besonderheiten aneignet. Jetzt kommt er selbst hier reingefahren mit irgendeinem geilen alten Auto. Mann, wie cool, ey. Er hat gerade erzählt, dass hier dieses gelbe Auto von 1850 ist. Und das Auto hat schon Elektroantrieb. Also ihr seht, es sind immer so ganz, ganz viele krasse, besondere Sachen. Und jedes Auto, das hier steht, hat eigentlich auch noch irgendwie noch eine Story, wo er was erzählt. Er hat es gerade gesagt, der rote Ford GT40 ist der allererste, der jemals ausgeliefert wurde. Das ist das, was ich gesagt habe. Besondere Autos mit noch besonderer Story. Ein paar Challenger, RT, dann noch sowas als neue. Hier das kleine Ding, da sagt er, es wäre ein Antrieb von einem Tesla. Das sieht auch schon fast aus, wie ein Scheinwerfer von Fiat 500 gefühlt. Ich weiß gar nicht, was das für ein besonderes Teil ist. Dann hat er hier einfach ein Flugzeugtriebwerk von Rolls-Royce. Das ist ja alte Rennwagen-Bugattis, sind das hier alles. Meine Güte. Wir fahren überall noch mit einer Kurbel, um die Motoren anzuwerfen. Also der weiß und der blau ist von dem Urgründer, von dem Verón irgendwas, der Fahrer. Ich weiß das nicht, ich bin nicht so tief drin in der Materie. Die wurden von dem Hauptgründer, Fahrer oder der, der ganz am Anfang die Rennen gefahren ist, von dem wurden die Autos gefahren. Das ist das größte emotionalste Auto, oder das größte emotionalste Teil für dich in deinem Garage. Das größte emotionalste? Ja, was das die meisten für dich? Ich liebe sie alle. Ich liebe sie, die die meisten du most involviert bist. Ich liebe die Steam-Cars, weil es ist so ein Effort zu gehen, weil es so viel zu tun ist. Und die meisten Leute wissen nichts über Steam. Auch die Mechaniker sagen, wie du das machst, wie du das machst, wie du das machst, wie ein Big Shot. Aber ich liebe sie alle. Ich weiß nicht, ob es einer mehr als der andere ist, wirklich. Ich meine, es gibt viele Autos hier. Ja, definitiv. Wir haben Russisch, wir haben die Frisch, wir haben ein bisschen von allem. Und welchen Auto hast du die meisten von ihnen alle? Ich liebe sie alle. Also, wenn ich die Tesla-Plaid mache, weil ich mich transporte, wenn ich es nicht zu fahren kann. Ich muss mich nachher zu gehen. Ich liebe sie, es ist fast. Es gibt sie nicht, es ist gut. Ich habe einen großen Fender. Die Model T ist fun, weil niemand kann es. Niemand weiß. Ich meine, es ist nicht wert, es zu verhörter. Es kann es nicht wert, was ich mich verhörter. Wenn ich eine Fenderer krumplge, ist es 175 für eine neue Fender. Ich meine, es ist wirklich die größte Karte ever. Es ist die einzige Karte, die auf dem Button starten. Du hast keine Batterie, du hast keine Batterie. Es kann für fünf Jahre sein, und es starten. Es läuft auf einen Octane-Fuel, so das ist gut. Aber alles ist... Sie haben hier nur 19 von diesen Karten. Nur 19 Karten? Das ist ein Tabo Lago. Das hat eine 6, 4.5 Liter, 1952. Und ich glaube, es ist der einzige original, der noch ist. Das ist verrückt. Ich habe es in 65 und es standen, bis ich es ein paar Jahre vorgelegt habe. Wie lange haben Sie das Auto? Wahrscheinlich fünf Jahre. Verrückt, also ihr seht, er hat wirklich so viele verrückte Autos von den verschiedensten. Er sagt, das ist noch das letzte originale Auto. Es gab nur 19 Stück davon. Und das ist der letzte Originale, den es eigentlich noch weltweit gibt. Also ein sehr bodenständiger Typ geblieben. Obwohl er so viel Geld und so viel... By the way wird ungefähr auf 350 Mille geschätzt sein Vermögen. Und er fährt eigentlich am liebsten so den Tesla Plate. Und eigentlich viele Autos, die so ein bisschen normaler sind. Aber er mag sie eigentlich alle. Gibt es kein besonderes, was er mehr mag. Aber es ist schon verrückt. Und es ist auch mechanisch. Ja. 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 Das ist einfach so. Ja. 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 Vielen Dank.